Lücken. Das Wort umschreibt die meisten Dienstpläne wohl gerade am besten und lässt manche ArbeitgeberInnen verzweifelt suchen, auch tausende Kilometer weit weg, am anderen Ende der Welt. Im Gepäck die vermeintliche Lösung für den deutschen Fachkräftemangel. Mann- und Frauenpower aus dem weit entfernten Ausland. Viel Aufwand aber, gewünscht von Arbeitgebern, von Arbeitnehmern und auch von der Regierung. Und trotzdem hakt's. Warum? Ein Thema, mit dem sich die NDR-Journalistin Julia Saldenholz in aller Tiefe auseinandergesetzt hat. Für NDR Story hat sie mit ihrer Kollegin Laura Borchert ein halbes Jahr lang einen Unternehmer von der Ostsee begleitet, bei seiner aufwändigen Suche danach, Lücken in Dienstplänen zu füllen. Ob das gelingt, darum geht's in dieser Folge. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz und heute ist Mittwoch, der 20. März. Hallo Julia. Hallo Benedikt. Mir ist eine Szene total in Erinnerung geblieben. Da sind wir in der Schule, einer Schule, in der junge Menschen Deutsch lernen. Und da sitzen jetzt 15, 20 Schülerinnen und Schüler, junge Menschen um einen Tisch rum und schauen ganz erwartungsvoll diesen Gast an, der gerade gekommen ist. Und dieser Gast ist aus Deutschland, ein Unternehmer aus Schleswig-Holstein, David Depenau. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank. Das ist eine Szene in Madagaskar, in Antananarivo. Die Kunden heißen bei uns Gäste. Und der ist tatsächlich 9000 Kilometer weit geflogen und wirbt quasi für sein Unternehmen, weil er nämlich genau diese Leute, diese jungen Madagassinnen und Madagassen, dazu bewegen möchte, eine Ausbildung bei ihm zu machen, in seinem Ferien- und Freizeitpark an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein. Habt ihr denn Fragen? Was interessiert euch denn? Und da dachte ich schon, krass, jetzt fliegt da so ein Unternehmer aus Schleswig-Holstein bis nach Madagaskar, um Azubis zu suchen. Also die Verzweiflung muss ziemlich groß sein. Ja, die ist groß. Und er hat erzählt, dass die Zeiten auch mal anders waren. Dann hat man eine Ausbildungsstelle oder zwei ausgeschrieben und man hat ungelogen 150, 200 Bewerbungen gekriegt. Alle schriftlich, korrekt, mit richtigen Anschreiben. Alles das, was wir uns heute noch träumen. Tatsächlich ist es so, er findet keine Bewerberinnen und Bewerber mehr auch auf Azubis-Stellen. Heute kriegst du teilweise keine einzige Bewerbung mehr. Im Grunde gibt es ganz, ganz viele Fachkräfte, die sie brauchen und jedes Jahr eben auch so 40 Azubis. Und es ist nicht nur ein Hotel, es ist ein ganzer Ferien- und Freizeitpark. Der liegt an der Ostsee. Es wird im Sommer auch mal warm, aber es ist in Ordnung. Und er steht dann quasi da vor diesen Leuten, ich stelle es mir so ein bisschen absurd vor, ich weiß nicht, wie hast du die Situation wahrgenommen, und erzählt dann so, ja hier, 9000 Kilometer hast du gesagt, kommt doch bitte rüber. Wir haben euch die Ostsee zu bieten, auch wenn ihr hier im schönen Madagaskar wohnt, oder? Ja, genau. Also er hat dann so Prospekte verteilt und die Schülerinnen und Schüler haben sich darüber gebeugt und fanden das ganz interessant. Dann war da so ein Fischbrötchen, dann haben sie darauf gezeigt, was denn das, hat er erklärt, ja Fischbrötchen und so, das ist so ein bisschen unser Fastfood. Da haben wir ein großes Fitnessstudio und das darf man als Mitarbeiter auch benutzen. Er hat wirklich geworben für sein Unternehmen, kann man sagen. Also ich hatte auch im Hintergrund so ein bisschen, als ich da mitgeflogen bin, zunächst das Gefühl, ja früher haben wir denen irgendwie die Bodenschätze da weggeklaut und jetzt fliegen wir da runter und nehmen denen die jungen Menschen weg, so. Aber vor Ort hat sich dieses Bild für mich auch nochmal zurechtgerückt. Also man muss sich das so vorstellen, Madagaskar ist eines der ärmsten Länder der Welt, also 80 Prozent der Menschen leben von weniger als zwei Euro am Tag. Also das sind wirklich ganz, ganz andere Bedingungen. Madagaskar hat auch eine sehr, sehr junge Bevölkerung. 40 Prozent der Menschen in Madagaskar sind unter 15. Und diese jungen Menschen, die jetzt dort saßen in dieser Schule, die haben viel Geld in die Hand genommen, um Deutsch zu lernen. Und sie lernen Deutsch mit dem Ziel, die Chance zu haben, nach Deutschland zu kommen und dort eine Ausbildung zu machen. Und wie kam das bei denen an? Also ich stelle es mir trotzdem immer noch so ein bisschen strange vor. Als dann die Schlüsselfrage gestellt wurde von David Depenau. Wer möchte denn von euch zu uns kommen an den Weißenhäuser Strand? Wer möchte bei uns arbeiten? Dann sind auch wirklich alle Arbe nach oben gegangen. Die Hände gingen hoch und sind dann tatsächlich Leute nach Deutschland an die schöne Küste von der Ostsee gekommen? Ja, das hat tatsächlich geklappt. Tatsächlich hat es geklappt. Also er sagte so wortwörtlich, ich würde sie am liebsten alle einstecken und gleich mitnehmen. Er war sehr begeistert. Klingt komisch, ehrlich gesagt. Ja, das ist so ein komischer Blick. Es geht ja immerhin um Menschen. Aber er war selber auch, sag ich mal, entzückt von den jungen Menschen, die eben so auch voller Motivation und Lust gesagt haben, wir haben total Bock. Wir wollen gerne kommen und ja, der kalte Winter und ja, es ist dunkel, lange in Schleswig-Holstein. Nein, aber es ist für uns eine Riesenchance und zwei der jungen Menschen, Kevin und Silvio, die haben uns auch erklärt, dass sie ihr Land wirklich lieben, dass sie aber einfach keine Perspektive in diesem Land sehen und deswegen unbedingt diese Chance ergreifen wollen, um nach Deutschland zu kommen. Und das Leben in Madagascar ist sehr schwierig. Deswegen möchten die meisten jungen Leute in Deutschland arbeiten. Also noch von Madagaskar aus hat David Depenau dann angerufen in dem Personalbüro. Ja, mein Laptop blieb auf die Seite. Und die Personalerin Christine Hartmann, die hat sich dann ordentlich ins Zeug gelegt, um all diese Papiere fertigzustellen, die es dann ermöglichen würde, für die Madagassinnen und Madagassen ein Visum für Deutschland zu bekommen. Das erschien zunächst tatsächlich aussichtslos, weil es lange dauert. Aufgrund der Zeit, die ja nicht mehr so üppig war, müssten wir natürlich da Vollgas geben. Also es muss viel vorliegen an Papier, Lebensläufe, dieses Zertifikat auf Deutsch, dann muss der Ausbildungsvertrag unterschrieben sein im Original. Das heißt, man muss Post hin und her schicken zwischen Deutschland und Madagaskar. Also das war alles kompliziert. Am Ende, und das war eine Woche vor Ausbildungsstart ungefähr, fehlte immer noch eine letzte Unterschrift, die Vorabzustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Da muss eine Behörde nochmal zustimmen, dass diese jungen Menschen nun wirklich ihre Ausbildung antreten können. Das Papier kam und kam nicht. Wir hörten schon, das sind im Moment Bearbeitungszeiten über Wochen oder Monate und die Sommerferien standen vor der Tür. Hallo, hallo, hallo. Oh mein Gott, willkommen. Und es hat dann tatsächlich im letzten Moment, hat es geklappt und am Ende, drei Tage vor Ausbildungsbeginn, stand dann Christina Hartmann am Hamburger Flughafen und war total aufgeregt, dass ihre sechs Azubis aus Madagaskar jetzt durch die Tür kommen. Oh, ich bin so glücklich, dass ihr jetzt hier seid. Ich kann das gar nicht glauben. Und dann waren die endlich da und die standen natürlich auch komplett unter Strom, hatten zwei Tage nicht geschlafen, voller Adrenalin mit ihren dicken Koffern. Das war ja echt der Start jetzt in ihr neues Leben. Das ist für mich die größte Chance in meinem Leben. Und die haben dann dieses Arbeitsvisum und damit sind aber quasi die Papiere da, die sie brauchen, oder? Ja, habe ich auch gedacht. Hat ja nun lange genug gedauert, ne? War dann auch ganz überrascht, dass die sechs Wochen, nachdem sie da angekommen waren, dann schon wieder zur Behörde mussten. Also die müssen dann tatsächlich nochmal zur Ausländerbehörde, weil nämlich dieses Visum, obwohl man ja alles vorweisen muss, Arbeitsvertrag, Garantie, Versicherungen und so weiter, das galt nämlich nur für die Einreise. Und dann mussten diese sechs Azubis zur Ausländerbehörde nach Eutin, um ihre Fiktionsbescheinigung abzuholen. Und die Fiktionsbescheinigung ist so etwas... Bitte erklär es mir. Ja, also das musste ich auch nachlesen. Fiktionsbescheinigung ist tatsächlich so eine Art fiktive Aufenthaltsgenehmigung. Und man denkt so, hä, fiktiv, die sollen auch jetzt hier bleiben, die haben ja auch hier einen Job, werden ja auch gebraucht. Das ist die vorläufige Aufenthaltsgenehmigung, bevor sie dann irgendwann die endgültige Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Also die endgültige ist dann, wenn sie Glück haben, ein Visum für drei Jahre, so lange dauert nämlich ihre Ausbildung. Manchmal kriegen sie die auch nur für ein Jahr. Okay, also so ein bisschen Kafka ist da mit dabei. Also ich fand es absurd, ganz ehrlich. Vor allen Dingen, nachdem ich gehört habe, dass das unglaublich schwierig ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die sind dann da angekommen am Weißenhäuser Strand. Das betrifft ja auch alle, nicht nur die Azubis. Jeder, der aus dem Nicht-EU-Land kommt, muss da hin. Und dann ist das so, da kannst du dann nicht sagen, ja okay, ich bin jetzt hier, dann fahre ich da mal hin zur Ausländerbehörde. Da kommst du ja so gar nicht rein. E-Mails kannst du auch nicht schreiben, anrufen kannst du auch nicht. Die Behörde ist so überlastet, die geht nicht ans Telefon, die beantwortet nichts. Die Ausländerbehörde ist so überlastet, weil dir die Fachkräfte fehlen. Ein kleiner Spaß. Also das ist gar kein Spaß. Es fehlen die Fachkräfte, um die Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Jetzt ernsthaft? Es ist so, in den Botschaften fehlen Menschen, um die Anträge zu bearbeiten. Es fehlen in den Behörden von den Ausländerämtern angefangen Menschen, die das alles, die komplizierten gesetzlichen Regelungen verstehen, die Anträge bearbeiten können und die Menschen vernünftig beraten könnten. Die Menschen, die haben noch nicht mal Zeit, ans Telefon zu gehen. Menschen in Ausländerbehörden, die sitzen zum Teil auf tausenden unbeantworteten E-Mails. In Deutschland wird weiter über Wege diskutiert, den Mangel an Fachkräften abzufehlen. Hast du in der Recherche mal so eine Zahl gelesen oder gehört, wie viele Fachkräfte derzeit in Deutschland fehlen? Es gibt in Deutschland im Moment zwei Millionen offene Stellen. Das sind so viele wie noch nie. Und das Institut für Arbeit und Berufsforschung, das ist von der Bundesagentur für Arbeit, das geht davon aus, dass wir in den nächsten Jahren 400.000 Menschen aus dem Ausland brauchen, um allein den Status Quo zu erhalten. Also die Erwerbstätigen in Deutschland konstant zu halten. Krass. Das ist eigentlich illusorisch, das zu schaffen. Total. Und das ist alles wegen der demografischen Entwicklung? Ja, das liegt vor allen Dingen an der demografischen Entwicklung. Wir werden einfach immer weniger und wir schaffen das dann nicht, alle Jobs zu besetzen und auch die Menschen zu versorgen, die eben aufgrund ihres Alters nicht mehr arbeiten. Diese Personalerin, die wir schon am Flughafen kennengelernt haben, die die Azubis da willkommen geheißen hat, die hat eben den Job, auch Fachkräfte zu rekrutieren. Man muss sich nicht einbilden, dass man hier am Schreibtisch sitzen bleiben kann und das Telefon klingelt oder die Post kommt und man kriegt das hier auf dem Silbertablett präsentiert. Sie muss den Wellnessbereich verstärken. Da müssen Masseure eingestellt werden. Masseur ist ein Mangelberuf in Deutschland. Sie findet niemanden, auch EU-weit nicht. Und weil thailändische Massage sehr häufig nachgefragt wird von den Gästen am Weißen Häuser Strand, hat sie Kontakt nach Thailand aufgenommen und ist sich da mit zwei thailändischen Masseuren einig geworden, die Lust hatten, nach Deutschland zu kommen. Und das ist aber unglaublich kompliziert. Jetzt muss man sagen, also Thailand hat Massage quasi erfunden. Das ist da also eine jahrhundertealte Tradition. Die Menschen studieren das an Universitäten, bilden sich da fort. Es gibt ganz unterschiedliche Techniken. Das ist wirklich eine Wissenschaft, sehr anerkanntes Handwerk. Deutschland stellt sich aber auf den Standpunkt, wir müssen jetzt erstmal prüfen, ob die überhaupt gut genug sind. Das reicht uns nicht, dass dieses Unternehmen sagt, diese Leute sind richtig für uns, die möchten wir haben, sondern sagt, ja, jetzt müssen erstmal diese thailändischen Masseure nachweisen, dass ihre Ausbildung genauso vonstatten gegangen ist, wie in Deutschland Masseureinnen und Masseure ausgebildet werden. Diese Anerkennung der Berufe, das läuft in der Regel über die FOSA, das ist eine Organisation der Industrie- und Handelskammern. Und dann muss man hier den Referenzberuf eintragen, man muss die ausländische Ausbildung eintragen, wo hat man gelernt, studiert, Praxisdauer in Monaten muss genau aufgelistet werden. Die Anerkennung dieser thailändischen Masseure, die ja in Deutschland dann einfach thailändische Massage praktizieren sollen, die funktioniert in der Regel nicht. Bis heute sind die Masseure nicht am Weißen Häuserstrand angekommen. Da hat jetzt jemand vielleicht zehn Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Techniken der Thai-Massage, kommt aber aufgrund der Strukturen, die hier gefragt werden, nicht durch das Verfahren. Also im Grunde so, die deutschen Behörden erklären den studierten thailändischen Masseuren, Masseuren, wie sie zu massieren haben? Ja, und nicht nur denen. Die erklären auch den Köchinnen und Köchen aus Indien, wie das in Deutschland, wie so eine Kochausbildung auch sehen soll. Also Christine Hartmann hat also Bewerbungsgespräche geführt. Hey, Alish. Hey, Alish. How are you? Mit einem indischen Koch beispielsweise, den sie unglaublich gerne haben wollte, diesen Anish. Wir waren dabei, als sie gesagt hat, Mensch, jetzt, ne, hab Geduld, wir schaffen das schon. You just need to have a little bit more patience. I know that this is the hardest point. Die hatte schon mehrere Monate mit ihm Kontakt und ja, der hatte gekocht in wirklich angesehenen internationalen Restaurants. Der hatte in der Schweiz Zusatzqualifikationen erworben und all das hat bis heute nicht ausgereicht, um als Koch anerkannt zu werden und dann in Deutschland einreisen zu können. Und da wird aussortiert, passt, passt nicht. Und das finde ich halt so wirklich schade. Man schämt sich so ein ganz klares bisschen. Also mir geht es so, wenn ich da so zuhöre und denke so, oh Gott, nein. Das klingt nicht gut, insbesondere wenn wir irgendwie 400.000 Menschen in den nächsten Jahren brauchen, um die demografische Entwicklung aufzufangen. Hast du denn auch mit Politikerinnen und Politikern gesprochen? Das Problem ist ja offensichtlich wirklich riesengroß. Was macht die Politik derzeit? Wie will man das lösen? Das Absurde ist tatsächlich, dass die Politik das alles genauso sieht. Wir brauchen Zuwanderung und da sind wir nicht gut genug. Wir brauchen liberalere Regelungen auch in den Bereichen. Das hat Daniel Günther gesagt, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, bei einem offiziellen Besuch am Weißenhäuser Strand. Egal wen man fragt, die sagen dir alle, ja es ist viel zu kompliziert, ja es muss einfacher werden. Aber ist ja schon mal gut. Problembewusstsein ist... Ja, leider reicht es nicht bei der Misere, die wir haben. Also tatsächlich ist das wie so eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Man kann noch nicht mal alleine der Politik die Schuld daran zuschieben. Es sind so viele Behörden und so viele unterschiedliche Zuständigkeiten am Werk, bis jemand wirklich nach Deutschland zum Arbeiten kommen darf, dass man gar nicht sagen kann, du hast Schuld, bitte ändere was. Die Politik hat in der Tat das Problem erkannt, weiß auch unisono, durch fast alle Parteien zieht sich die Erkenntnis durch, dass wir diese Menschen brauchen. Deswegen haben sie auch im Sommer ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Das ist wirklich das x-te seit Jahren. Da wird ständig wieder was neu aufgelegt. Und das ist tatsächlich, das tritt jetzt so sukzessive in Kraft, das eröffnet theoretisch auch mehr Menschen die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Also dieser Koch, von dem ich geredet hatte, der müsste nach diesen neuen Regelungen jetzt gar nicht mehr seine Kochausbildung anerkannt bekommen. Der könnte eigentlich, weil er einen Abschluss, also einen Studienabschluss hat, könnte der als sogenannte fachfremde Fachkraft dann nach Deutschland einreisen und dann hier arbeiten. Jetzt ist es aber so, dass sich das auf dem Papier gut anhört. Aber wenn ich dann, Christine Hartmann, danach frage, ist dann nicht jetzt alles besser, dann ist ihr Fazit doch nicht so positiv. Weil, wenn man sich das im Einzelnen anguckt, sind die Regelungen eben wieder wahnsinnig kompliziert. Es verbirgt sich eventuell Potenzial, aber dass man jetzt Hurra schreit, das ist die Lösung und worauf wir alle gewartet haben, das können wir jetzt so noch gar nicht bewerten. Also dieser Koch könnte einreisen, wenn sein Studiengang in Deutschland anerkannt ist und seine Uni in Deutschland anerkannt ist. Da gibt es so eine Liste, da stehen die Unis drauf, da muss aber wieder jemand prüfen und gucken, steht die Uni da drauf, können wir das anerkennen, ja oder nein. Es gibt die Möglichkeit, über sogenannte Punkte nach Deutschland zu kommen, aber wer vergibt diese Punkte, wer rechnet das aus, wer beantwortet das. Also auch da fehlen wieder die Fachkräfte, um diese ganzen Sachen zu bearbeiten. Schon jetzt gibt es so eine Überlastung in den Botschaften aufgrund der Visa-Anträge. Es gibt eine Überlastung in den Ausländerämtern, die zustimmen müssen. Und dieses neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, so stellt sich das im Moment zumindest für den Weißenhäuser Strand, für das Unternehmen dar und für viele andere auch, mit denen wir gesprochen haben. Diese Regelungen sind wieder so kompliziert und beschäftigen so viele Stellen, dass man jetzt schon weiß, das wird alles wieder unglaublich lange dauern und eben nicht dazu führen, dass wirklich mehr Menschen hierher kommen, die wir eigentlich dringend brauchen. Also dein Fazit, so dieses Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, ist nicht der große Wurf. Also das wird die Situation nicht so weit verändern und verbessern, wie wir es eigentlich bräuchten. Das ist mein Eindruck bisher nach den Gesprächen, die ich mit Leuten hatte. Also kleinere Unternehmen, die eben gar nicht unbedingt eine Personalabteilung haben. Es gibt ja auch viele Handwerksbetriebe, die händeringen Personal suchen. Da gibt es häufig den Chef oder die Chefin, die dann noch am Wochenende selbst die Buchhaltung macht. Die haben gar keine Christina Hartmann, die sich in alle Regelungen und Bestimmungen einfuchsen kann. Die sind aufgeschmissen mit diesen komplizierten Regelungen. Die sind frustriert. Ich habe auch von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern gehört, dass die das dann auslagern an externe Anwaltskanzleien, weil das einfach zu kompliziert ist. Man muss das sicherlich jetzt noch eine Weile beobachten, weil das Gesetz jetzt sukzessive erst in Kraft tritt. Aber aus Sicht der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ist das nicht der große Wurf. Diese deutsche Bürokratie und jetzt gerade was die Einwanderung angeht, da kann man ja irgendwie entspannt drauf schlagen sozusagen. Das ist bei uns in Deutschland auch so ein Hobby. Tatsächlich schützt es aber natürlich auch Berufsstände hier. Also dass man sagt, Leistungen müssen vergleichbar sein und wir können jetzt nicht irgendwie Standards unter Umständen senken oder unterlaufen. Und dann arbeiten zwei Leute im gleichen Beruf, haben aber ganz andere Qualifikationen. Das ist ja der Hintergedanke davon. Macht es schon nicht aus deiner Sicht auch so ein bisschen Sinn, dass man sagt, wir haben diese Regeln und schützen die auch? Tja, die Frage ist, wer soll denn beurteilen, ob der eine nun gut ist oder nicht? Ob der indische Koch nun gut kocht oder nicht? Und da glaube ich, wenn es einen Unternehmer gibt, der sagt, den will ich haben, der ist in meinem Unternehmen genau richtig. Und es ist auch nicht so schlimm, dass der noch nicht perfekt Deutsch spricht, weil in der Küche sowieso längst Englisch gesprochen wird. Dann glaube ich, können wir dem Unternehmer oder der Unternehmerin vertrauen. Die holen in der Regel nicht die falschen Leute. Ich finde es ein bisschen schwierig, das an so eine Behörde auszulagern, die dann entscheiden soll, ob jemand gut genug ist. Ich habe schon Verständnis dafür, dass man jetzt nicht sagt, okay, du sagst, du bist Masseur, jetzt hier sind die Leute, los geht's. Aber davon spricht man ja auch nicht, sondern die würden ja in einem Unternehmen anfangen zu arbeiten. Da gibt es ja eine Menge Leute, die auch Interesse daran haben, dass der am Ende einen guten Job macht. Das kann man sich ja dann in Ruhe angucken und dann auch nachschulen. Aber wir schaffen im Moment so hohe Zugangsbeschränkungen wie so eine große Mauer. Und da kommt eigentlich kaum noch jemand rüber. Und die Menschen versuchen das dann auch zum Teil gar nicht mehr, sondern sagen, okay, dann gehe ich halt in andere Länder, die es mir einfacher machen. Und das ist ja eigentlich was, was wir nicht wollen. Ich denke, die Lösung kann nicht sein, zu sagen, okay, Grenzen auf und alle, die hier arbeiten wollen, können hier reinkommen. Das würde vielleicht auch dazu führen, das ist natürlich auch die Sorge von manchen, das würde so einen Druck auf die Löhne ausüben. Weil vielleicht jemand aus Madagaskar, wo der monatliche Durchschnittslohn bei 50 Euro liegt, der wäre vielleicht bereit, für weniger als den Tariflohn zu arbeiten. Höchst wahrscheinlich. Ja, und der ist auch nicht der Erste, der in den Betriebsrat gründet. Auf keinen Fall, ja. Das muss man schon im Blick haben. Also es kann nicht darum gehen, jetzt Menschen hier reinzulassen, um sie auszubeuten. Aber was wir im Moment machen, wir machen die Tür sehr weit zu. Und damit berauben wir uns der Möglichkeit, auch von Menschen aus anderen Ländern zu lernen. Also das hatte mir David Depenau zum Beispiel auch gesagt, der Mensch, in meinem Gewerbe, in der Gastronomie, da leben wir eigentlich von dieser Flexibilität. Wir leben auch von der Fluktuation. Wir sind so ein Gewerbe, da fangen die Menschen erstmal an, dann orientieren sie sich auch weiter. Und wir brauchen auch diese Einflüsse von außen. Die erfolgreichsten Gesellschaften sind die, die offene Gesellschaften sind. Die immer bereit sind, auch von Menschen, die einwandern, zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Julia, noch eine Frage. Wir haben ja im Kapitalismus alle gelernt, wenn ich mehr will, muss ich einfach auch mehr geben, wenn ich das nicht bekomme. Sozusagen kann man nicht auch einfach sagen, hier, Herr Depenauer muss einfach bessere Angebote an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier machen, in Deutschland oder in Europa. Und dann kommen die auch zu ihm. Zahlt er vielleicht einfach auch zu schlecht oder hat sonst zu schlechte Konditionen? Ja, also ich glaube schon, da ist definitiv was dran. Wer mehr zahlt, kriegt auch Leute. So, das ist ganz klar. Ja, man muss allerdings auch sehen, gerade in so Branchen wie der Gastronomie, da ist schon so Hands-on-Work so. Da braucht man einfach viele Menschen. Man kann das nur bedingt an Maschinen auslagern. Also der Arbeitslohn macht einen Großteil des Preises aus. Und wenn man noch mehr bezahlen würde, würde das natürlich den Urlaub auch noch teurer machen. So niedrig fand ich die Preise dort nicht. Wenn man sich überlegt, dass es eigentlich so Familien sind, die da Urlaub machen, so Mittelstandsfamilien, dann würde es eben, wenn noch höhere Löhne führen, dann auch dazu, dass sich noch weniger Menschen auch so einen Urlaub leisten können. Nun gibt es ja aber auch andere, ich sag mal Vorschläge, wie man den Mangel an Arbeitskräften in Deutschland beheben könnte. Ich denke da an die AfD und eine Aussage ihres Bundessprechers Tino Chrupalla im ZDF-Sommerinterview im vergangenen August. Wir haben im Prinzip in der eigenen Bevölkerung genügend Potenzial, was wir schöpfen müssen und das müssen wir angreifen. Das ist im Übrigen die Ursache für unseren Arbeitskräftemangel. Hast du Herrn Deppner mal angesprochen auf die Pläne der AfD, möglichst Gänzen zu und niemanden mehr reinlassen? Hat der da eine Meinung dazu? Oh ja, oh ja, der hat eine Meinung dazu. Der ist auf 180, der ist Unternehmer, das ist kein linker Aktivist, aber auf die AfD ist er überhaupt nicht gut zu sprechen. Das kann man ja auch nachvollziehen. Er sagt ganz klar, dass alle Parteien sich da bewegen müssen, dass wir diese Menschen brauchen. Es gibt einen ganz alten Unternehmerspruch, es gibt keinen Ersatz für Umsatz. Wenn man keine Hände hat, die arbeiten, dann kann man auch keinen Umsatz machen. Und dazu brauche ich eben Leute, die Lust haben, die motiviert sind. Diese Menschen sichern unser aller Wohlstand. Er sieht das tagtäglich in seinem Unternehmen. Und er ist auch darauf angewiesen, dass die Menschen, die er holt, dass die auch bleiben. Also es wird für uns als Gesellschaft darum gehen, dass wir einmal die Azubis, die kommen, Kevin, Silvio, die wir jetzt auch aus Madagaskar kennengelernt haben, dass wir die auch halten können. Und tatsächlich hat Deutschland damit ein Problem. Also die OECD hat gerade eine sehr aufwendige Studie produziert, die ist im Januar dieses Jahres veröffentlicht worden. Und da ist herausgekommen, dass mehr als die Hälfte der eingewanderten Fachkräfte in Deutschland Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht haben. Das ist ein Problem, weil Expertinnen und Experten sagen, dass eigentlich zu viele Fachkräfte, ausländische Fachkräfte, das Land auch wieder verlassen. Und auch andere Studien zeigen, dass wir als Deutschland nicht so super sind, wie wir das selbst manchmal glauben. Es gibt jedes Jahr so eine Befragung einer internationalen Organisation unter Expats. Also Expats sind Leute, die außerhalb ihres Heimatlandes arbeiten und die fragen ab, wie attraktiv sie das Land denn finden. Und regelmäßig landet Deutschland da auf einem der letzten Plätze. Das liegt zum Teil daran, dass eben Deutsch schwer zu lernen ist. Aber es ist auch so, dass jeder Zweite sagt, es sei schwer, zum Beispiel in Deutschland Freundschaften zu schließen. Die Bürokratie nennen ganz viele. Und jeder Dritte stimmt auch der Aussage zu, Deutsche seien unfreundlich zu ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Auch die Kategorien Wohnen, digitale Infrastruktur, Sprache, Verwaltung. Das ist immer wieder ein Problem. Und das führt tatsächlich auch dazu, dass Menschen das Land wieder verlassen. Gerade hochgebildete, attraktive Arbeitskräfte, sage ich mal, die haben längst die Wahl, wo sie hingehen. Die bleiben nicht, wenn es ihnen hier nicht gefällt. Julia, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Superspannend. Sehr gerne. In dieser 11KM-Folge war Julia Saldenholz zu Gast. Den Film »Herr D. sucht die Fachkraft« von Julia Saldenholz und Laura Borchert, den findet ihr in der ARD-Midiathek. Verlinken wir euch in den Shownotes. Folgenautor ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel, Produktion Jürgen Kopp, Laura Picciano und Viktor Wechersch. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Macht's gut. Ah, und eins noch. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch, genauer gesagt einen Meinungspodcast-Tipp. Und zwar »Politikum« von WDR 5. Für diejenigen, die Lust auf echte Diskussionen haben, also auf Argumente statt Lagerdenken. »Politikum« findet ihr unter anderem in der ARD-Audiothek. Schaut auch dafür einfach in unsere Shownotes. Wenn ihr euch für Politik und Gesellschaft interessiert, deep, aber trotzdem lustig, dann empfehlen wir euch »Politikum«, den Meinungspodcast. Immer montags bis freitags um 18 Uhr mit einem lustigen Blick auf das politische Geschehen, aber auch mit tiefen Gesprächen, also Gästen, die ernst genommen werden und die erzählen, woher ihre Meinung kommt. Gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Einfach mal ein anderer Blick auf die Dinge, mit einem Augenzwinkern, aber eben auch zum Nachdenken »Politikum«, der Meinungspodcast.